Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Es steht die Testspielreihe an und da werde ich auf jeden Fall einige ausgewählte Spiele machen. Nicht alle, das ist teilweise nicht möglich. Und apropos nicht möglich, der erste FC Saarbrücken existiert in FIFA 20 nicht. Ich habe aber die Spieler erstellt, die beim ersten FC Saarbrücken spielen, hintransferiert und zu einer Mannschaft gesteckt, die ähnliche Trikots haben. Und ein einigermaßen ähnliches Wappen hat viel mit dem ersten FC Saarbrücken nichts zu tun. Die Trikots sehen aber ähnlich aus und es sind eben die echten Spieler. Und so wird das Ganze dann morgen auch in der Livestream-Karriere starten. Da hat sich die deutliche Mehrheit dafür entschieden, mit dem ersten FC Saarbrücken eine Live-Karriere zu starten. Mit den aktualisierten Transfers von allen Mannschaften in der ersten, zweiten und dritten Liga. Also seid gerne dabei. Ansonsten viel Spaß jetzt beim ersten Spiel. Das ist Stuttgart gegen Sandhausen. Los geht's! In der letzten Saison waren Stuttgart und Sandhausen noch Liga-Konkurrenten. Das hat sich aber durch den Aufstieg des VfB mittlerweile erledigt. Der VfB Stuttgart in den weißen Trikots in diesem ersten Testspiel konnte die Räume hinter der Sandhäuser Abwehr gut erledigen. Ausnutzen, das ist Schorlinow ganz lang, ganz weit auf freier Flur unterwegs. Da ist der SV Sandhausen schlecht geordnet hier zum Auftakt an diesem Samstag. Morgen um 11 Uhr ging's ja los. Also da konnte man dem SV Sandhausen ein kleines Schliff hier noch verzeihen. Aber der Neuzugang Daniel Keita-Ruel hatte dann fast in der 37. Minute die passende Antwort parat hier gegen Kobel, der ja erst wieder zurück musste, jetzt aber beim VfB Stuttgart fest verpflichtet wurde. Zweiter Durchgang der VfB Stuttgart, die etwas bessere Mannschaft und Klement bringt den Ball hier per Flanke auf den ersten Pfosten. Scheu kann's klären. Silas Wamangituka aus der zweiten Reihe aber eher ungefährlich. Abgefälschter Ball vom Ellenbogen, aber das Drama wurde nicht wirklich groß, ist eben nur ein Testspiel. Aber normalerweise hätte das auch gut und gerne gewiffen werden können. Schorlinow verteilt den Ball nochmal raus zu Massimo. So, der schickt Philipp Klement noch einmal. Wunderbarer Pass, Sasak Kalajic in der 78. Spielminute mit dem 2 zu 0 und dem entscheidenden Treffer in dieser Partie. Der SV Sandhausen hat es nicht geschafft, die gute Phase vor dem Seitenwechsel auszunutzen. Und im zweiten Durchgang war der VfB Stuttgart dann deutlich überlegen und gewinnt hier völlig zu Recht mit 2 zu 0. Also, der Auftakt des neuen Bundesligisten VfB Stuttgart hat sich hier schon mal bezahlt gemacht. Der 1. FC Saarbrücken testet gegen den französischen Zweitligisten AS Nancy. Das sind mit dem Bus knapp 2 Stunden Strecke, also durchaus eine sinnvolle Vorbereitungspartie. Die Saarländer haben hier nach einer halben Stunde die erste gefährliche Standardsituation zustande gebracht. Bone Uaffero bekommt den Abschluss. Deville legt ihn nochmal in die Mitte. Dann wurde es aber geklärt. Es war hier ein heißer Nachmittag. Und dementsprechend kam große Intensität kaum auf. AS Nancy vor dem Seitenwechsel, aber auch mal nach vorne. Bertrand mit dem Übersteiger spielt den Ball auf den ersten Pfosten. Und Andi Donando ist mit dem 1 zu 0 zur Stelle. In der 40. Spielminute tunnelt da noch Daniel Batz, der nur hinterher schauen kann. Ein ärgerliches und vermeidbares Gegentor. Noch nicht ganz Pause. Ein weiteres Mal der 1. FC Saarbrücken. Jetzt mal aus dem Spiel heraus gefährlich. Zeitz und Guras gelegt zu Deville. Der setzt sich da durch, aber scheitert dann am französischen Torhüter. War durchaus in Ordnung, was der 1. FC Saarbrücken hier aufs Feld brachte. Aber sie lagen eben hinten und das konnte einem nicht so gut schmecken. Nancy machte es nun im zweiten Durchgang aber nicht weniger gut. Und in der 61. Minute fällt dann tatsächlich fast das zweite. Diesmal geht der Ball aber ins Außennetz. Sonst wäre Batz wohl auch im gefährdeten Eck gewesen. Da konnte man sich aber schon ärgern. Das 2 zu 0 hier in der Szene durchaus denkbar. Wir springen in die Schlussphase. Es war über 90 Minuten hinweg wirklich ein relativ zähes Spiel. Man kann so viel nicht erwarten in der Vorbereitung. Und man merkte den beiden Mannschaften an, dass es hier richtig warm wurde. 83. Minute aber nochmal eine gute Aktion von Tim Golley, der sich da freiläuft. Aber aus kurzer Distanz dann noch einmal scheitert. So blieb es beim 1 zu 0 für Nancy. Trotzdem durchaus ein Auftritt, der Hoffnung macht. Der gute Ansätze zeigte. Der 1. FC Saarbrücken aber verliert hier zum Auftakt gegen AS Nancy mit 1 zu 0. Die vergangene Saison des FC Schalke 04 sollte schnellstmöglich abgehandelt oder hinter sich gebracht werden. Aber es hat schon den nächsten Fauxpas gegeben. Man dachte Spolo sicher zu verpflichten. Jetzt ist er aber zu härter gegangen. Trotzdem machte Schalke das hier gegen den VfL Osnabrück sehr gut. Konzentrierte Leistung der Königsblauen, die sich hier tatsächlich auf das auf dem Feld versteiften. Und damit fuhren sie komplett richtig. Der VfL Osnabrück Zweitligist sah hier bis dato noch überhaupt keinen Stich. Die erste Hälfte schon fast vorbei. Matondo noch einmal zu Nassim Bojelab. Viele junge Spieler dabei beim FC Schalke 04. Und das machte sich direkt mal bezahlt. 2 zu 0 gegen den VfL Osnabrück, der hier weitestgehend einfach nur hinterher lief. Und der zweite Durchgang begann dann wieder relativ ähnlich. Merkan über die rechte Seite. Wunderbare Flanke. Kutucu kommt frei zum Kopfball. 3 zu 0 in der 62. Minute. Jetzt wurde es auch heftig. Der VfL Osnabrück konnte den Kopf hier zu keiner Zeit aus der Schlinge bringen. Und musste hier eben den nächsten Gegentreffer hinnehmen. Aber die Möglichkeit zum Anschluss oder Ehrentreffer, sie kam dann doch noch. Das ist Luke Ihorst vom SV Werder Bremen gekommen. Schmidt zu Ihorst. Aber Ralf Fährmann ohne Problem im Tor. Ja, der hütet momentan erstmal den Kasten. Noch knapp 20 Minuten zu spielen. Der FC Schalke 04 weiterhin sehr spielfreudig. Man merkte, dass sie hier ganz offen rangehen konnten. 73. 4 zu 0. Dieser Pass hier ist wirklich gut. Osnabrück lässt es dann auch zu. Und Benito Rahman schließt eiskalt ab zum vierten Treffer. Und es war immer noch nicht Schluss. Bojelab noch einmal, der das Ganze hier antreibt. Legt quer zu Weston McKennie. 5 zu 0. 88. Minute. Es war richtig deftig, diese Klatsche. Ging aber auch so in Ordnung. In der Höhe der VfL Osnabrück hat noch einiges aufzuholen. Bei Schalke lief wirklich auch vieles gut. Heute der VfL Osnabrück noch nicht ganz auf der Höhe. Aber es ist ja noch genug Zeit in der Vorbereitung. Um ein Haar hätten diese beiden Mannschaften, Werder Bremen und Eintracht Braunschweig, in der nächsten Saison gemeinsam in einer Liga gekickt. Braunschweig ja aufgestiegen in die zweite. Und Bremen fast abgestiegen in der Relegation. Retteten sie sich dann gegen den 1. FC Heidenheim. Und Bremen in den weißen Trikots hier durchaus gut aufgelegt. Füllkrug zu Maximilian Eggestein. Und Engelhardt darf sich gleich mal auszeichnen in der 9. Minute. Man weiß noch nicht, ob er die Nummer 1 bleibt bei Braunschweig oder ob da noch was kommt. Osabrück und Augustinsson dann über links. Wieder Osabrück, der hat die Übersicht, legt quer zu Maximilian Eggestein. Und dieser Abschlusshit dann 16. Minute. Das 1 zu 0 für Bremen war ein richtig guter Auftritt des Bundesligisten. Und Braunschweig in den blauen Trikots. Musste erst mal wissen, wie sie hier hinterher kamen. Aber sie rappelten sich dann auf und spielten dann auch nach vorne. Viele Neuzugänge mit dabei in der Startaufstellung. Putaro jetzt nicht. Der war auch schon in der 3. Liga dabei. Bei Bremen dafür nochmal ein anderes Gesicht. Pluckmann rittet hier gegen Marvin Purié. Kobilanski und Ben Baller. Feigen, Spahn zu Purié. 1 zu 1. Kein Abseits. 45. Minute. Und ja, Ben Baller hier. Der hat diesen ersten Pass gespielt. Von Duisburg gekommen. Mit der Eintracht in die 2. Liga aufgestiegen. Zweiter Durchgang. Auch Bremen mit dem ein oder anderen neuen Gesicht. Patrick Erras hier zur Ecke. Eckestein. Josh Sargent testet Engelhardt. Also Engelhardt machte durchaus Werbung hier für sich. 59. Minute. Durchaus ein guter Schuss. Und dann eine sehr gute Parade. Stunde gespielt. Bremen erhöhte noch einmal den Druck. Eckestein. Sargent. Wieder Maxi Eckestein. Der zieht wieder ab. Das ist ein gespiegeltes Tor. Aber eine gespiegelte Wiederholung vom 1 zu 0. Jetzt machte hier das 2 zu 1. Engelhardt abermals ohne eine Chance. Aber Braunschweig gab sich nicht auf. Kaufmann auch eher neu dabei. Wüthra, Ben Baller. Also das Dreieck hier. Gespickt mit neun Spielern. Marvin Pourrier. Dann allerdings ein altes Gesicht, der den Ausgleich macht. 72. Spielminute. Unten rechts rein. Nicht zu halten für Pluckmann. Kommt eine Sekunde zu spät. Der Ball zu flach und zu hart getreten. Damit ging es zu Ende mit diesem 2 zu 2. Braunschweig kann damit sehr zufrieden sein. Bremen tendenziell etwas enttäuscht. Aber es war das erste Testspiel. Und dafür kann man mit beiden Auftritten durchaus zufrieden sein. Der HSV testete gegen den FC Hansa Rostock. Zweite gegen dritte Liga. Aber Rostock hat richtig aufgerüstet. Mindestens 8 Neuzugänge dabei. Und Maurice Littger ist einer davon. Der tritt hier in der 11. Minute gleich mal in Erscheinung. Und dieser Littger, der hat Hamburger Vergangenheit beim FC St. Pauli gespielt. Jetzt eine spezielle Situation für den FC Hansa Rostock gegen den Hamburger Sportverein. Also einige Rivalitäten wurden hier direkt mal aufs Feld gebracht. Der HSV auch relativ neu und ungewohnt aufgestellt. Klar gibt es auch alte Gesichter. Aber es wurde auch einiges ausprobiert. Sonny Kittel. Allerdings kein Experiment. Zum Ende in der letzten Saison nachgelassen. Aber hier zeigt er mal wieder, dass er nach vorne durchaus was bewegen kann. Er zielt hier das 1 zu 0. Aber er stand im Abseits. Dementsprechend wird das zu Recht zurückgepfiffelt. Klaus Jasula leitet an. Kittel und Hinterseer dann abermals im Zusammenspiel. Kittel diesmal nicht im Abseits. Dreht sich da. Legt nochmal quer. Bekommt den Ball über Umwege wieder. Und Markus Kolke sieht nicht gut aus. 45. Minute das 1 zu 0 für den Hamburger Sportverein. Absolut verdient mittlerweile der HSV die klar bessere Mannschaft. Aufsetzer fies für Kolke, aber nicht unhaltbar. Zweiter Durchgang dann. Der Hamburger Sportverein hatte weiterhin die besseren Argumente auf der eigenen Seite. David Kinsombi mit Hinterseer geht es hier voran. Kinsombi läuft einfach durch. Da geht niemand so richtig mit. Somit stand es dann 2 zu 0 in der 57. Minute. Und es war schon so etwas wie die Vorentscheidung, wenn gleich der FC Hansa Rostock sich bis zum Ende hin nicht aufgab. kam der HSV immer mehrmals noch vor den gegnerischen Kasten. Jeremy Dudziak noch einmal. Kinsombi um einer mit dem Dritten in der 83. Minute. Aber es blieb dann bei diesem 2 zu 0. Schauen wir nochmal auf diese Wiederholung. Schöner Abschluss. Schöne Parade von Kolke. Konnte dann auch nochmal Werbung für sich machen. Also es endete hier 2 zu 0. Dieses Testspiel der FC Hansa Rostock nicht das erste Mal unterwegs. Aber es ist trotzdem noch ein langer Weg bis zum Saisonauftakt. Jo, hier seht ihr dann einmal die Ergebnisse im Überblick. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten nochmal die Info. Morgen am Samstag dann der Livestream. Die Startkarriere mit dem 1. FC Saarbrücken. Seid gerne dabei. Würde mich freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal und Adios.